Ja, hallo, willkommen zurück. Ja, Tobi ist ja nicht mehr da, schade eigentlich, aber... So, ich mach jetzt einfach alleine weiter und so, und dieses Misty-Kämichs... Oh Gott, fängt ja geil an, der Part. So, ja, in den letzten Part haben sich und Tobi den vierten und zweiten Tablet geschafft. Und jetzt, äh, mach ich noch nicht den nächsten Tempel weiter, weil ich erstmal was holen möchte. Weil cool noch ein paar, ähm, Versachen halt, so, die wir noch dringend brauchen und alles andere. Äh, zum Beispiel zwei, ähm, Gegenstände und so, und ja, freut mich drauf. Oh, fuck. Oh, mein Green ist da, Page. No, only does my has to do. Hey Mo! Okay, let's go Ah, man, das ist ein Zeichen Ah, das ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen Okay Oh, das ist so ein Zeichen So, dann gehen wir wieder zurück. Dann noch ein Herzteil... und dann noch was... und dann... So, dann gehen wir wieder zurück. So, dann gehen wir wieder zurück. So, dann gehen wir wieder zurück. Ah, ja. Guess I have to go. Nein, nein, hier. So, hier ist noch ein Herzteil drin. Und Herzcontainer. So, dann holen wir noch die zwei... ... Abokulette. Und zwar, das eine ist links und das andere ist unten. ... ... Okay, jetzt bin ich da. Nicht vermissen. Einen der Amulette? Mann! So... Können wir schnell... Das Buch braucht man eigentlich nur zwei Mal... oder dreimal im Spiel... um die Megalons zu holen... und halt den... und wir haben das Luftmedaillon... Oh, das erste... Oh, jetzt... Jetzt müssen wir zu sieben... auf dem den Guck mal... Wasse... Yo! Ich kann nur noch mal zeigen, was ich jetzt mache. Hm. 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 Ich habe es nicht alle. Und das Meisterschwert, bla bla bla. Das war der Meer, Jungen. So. Ganz runter durch und... Super. Jetzt geh ich noch mal an, oder? Genau, warum, aber nicht alles, was ich auch noch wollte. das ist das so Ja, ich gehe jetzt halt. Oder warte mal, die kann man auch noch nehmen, oder auch noch sowas kapillt. Ja, ja, okay. Nein! Scheiße, schon verkackt. Nein! Nein, ich glaube, ich habe vielleicht nur Geld. Nein! 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 Nein, nein, nein! Äh... Ich will doch... Hier kann man doch nur Geld gewinnen. Hier gab es doch irgendwo ein Spiel, wo du... Warte, sagst du, Rattel? Ja, noch einen Hälfte. Ja, jetzt bitte. Ja, jetzt bitte. Ach, nein. Ja, jetzt bitte. Hier gab es doch zwei. Cool, beim ersten Mal! Danke, das war's auch schon. Das war's, was Tobi meinte, mit denen einfach anlaufen darf. So, jetzt geht's hier weiter. So, jetzt geht's hier weiter. So... Da muss ich nachher hin. Hier bin ich total falsch. Oh, es ist sicher. Oh nee. Tch-tch-tch-tch-tch. Ich habe den Tempel gescheitert, aber ich habe den Tempel gescheitert. Ah, ja! reichert hier geht es sich auch was passiert wenn wir nicht passen das kommt das komische Handtächtigkei der Mann in den Worten Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Äh... Äh... Äh, ja... Oh Gott. So... 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 Ja, hier war der Masakir. Nein! 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 Jetzt reicht's! So... Ich bin jetzt mal hier in der Pause und geseh' uns zu den nächsten Podcast. Ciao! Ciao!